Junge Männer haben in Neukölln eine Polizeistreife angegriffen, weil sie ihrer Meinung nach zu langsam fuhr. In der Karl-Marx-Straße hatten sich die beiden zunächst durch wütende Schreie aus dem Autofenster über den langsam fahrenden Wagen beschwert. Der 26-jährige Autofahrer und sein 19-jähriger Beifahrer hielten dann direkt vor dem Streifenwagen. Während einer Rangelei schlug einer der beiden einer Kommissarin ins Gesicht. Bis zum Eingreifen weiterer Polizisten verfolgten 70 Schaulustige das Geschichte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017